Durch diese Lichtwellenleiter werden Daten, Bilder und Sprache übertragen. Angezapft ist das der Stoff, von dem Geheimdienste leben. Über die fleißige Spitzeltätigkeit der amerikanischen NSA hier in Deutschland haben wir in letzter Zeit ja viel gelernt. Was aber machen unsere eigenen Nachrichtendienste, dass auch die gute Beziehungen zu Kommunikationsunternehmen wie der Deutschen Telekom pflegen? Der Verdacht liegt nah. Was also bedeutet es, dass sich die Telekom eine Abhörtechnik patentieren ließ, fragen sich Arndt Ginzel, Martin Krausser und Ulrich Stoll. Amerikanische und britische Geheimdienste belauschen uns, schöpfen gigantische Datenmengen ab, auch aus den Glasfaserkabeln. 340.000 Kilometer Glasfaser gibt es allein in Deutschland. Keine E-Mail, kein Telefonat, das durch diese Kabel geleitet wird, ist sicher. Bonn, 11. November, Internetsicherheitstagung. Nach den NSA-Enthüllungen will die Deutsche Telekom ihre Netze vor Briten und Amerikanern besser schützen. Immer dann, wenn Absender und Empfänger von Daten innerhalb zum Beispiel Europas angesiedelt sind, dann kann man diesen Datenverkehr ja auch entsprechend steuern. Dann muss ja nicht noch zusätzlich über den Atlantik oder über andere Wege geleitet werden, wie das im Internet häufig der Fall ist. Denn deutsche Daten werden oft über Glasfaserkabel auch in die USA oder nach Großbritannien geleitet. Dort werten Geheimdienste sie aus. Wie hier im englischen Bute. Hat die Telekom selbst wirklich nichts mit Datenausspähung zu tun? Darmstadt, das Technologiezentrum der Deutschen Telekom. Hier entwickeln Forscher 1997 eine spezielle Abhörmethode für Glasfaserkabel. Die Telekom lässt sich die Erfindung europaweit schützen, hält das Patent bis 2010. Die Erfindung sei, Zitat, Erforderlich zum Abhören von ausgewählten Nachrichtenverbindungen zu Zwecken hoheitlicher Überwachung. Wir fragen den früheren Verfassungsschützer und IT-Sicherheitsexperten Hartmut Pohl nach dem Nutzen des Patents. Man kann ein Kabel vollständig abhören, ohne dass es erkannt werden kann vom Betreiber. Und man kann sich auf ein Kabel aufschalten, irgendwo in der Welt. Abhören ohne Risiko. So funktioniert das. Daten aus Computern und Telefonen strömen als Lichtimpulse durch die Glasfaser. Eine winzige Lichtmenge strahlt durch die Kabelhülle. Das Licht wird über einen Spiegel verstärkt und auf einen Fotodetektor geleitet. So werden die Daten aus dem Kabel unbemerkt abgezweigt. Der Magdeburger Glasfaserexperte Prof. Dieter Schwarzenau sieht für die patentierte Überwachungstechnik nur einen Verwendungszweck. Nutzen würde eine solche Technik aus meiner Sicht ausschließlich jemand, der unbemerkt eine Leitung abhören möchte. Da kämen aus meiner Sicht in erster Linie Geheimdienste in Frage. Doch Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz bestreiten auf Nachfrage, das Patent jemals genutzt oder in Auftrag gegeben zu haben. Wir fragen die Telekom, warum sie ein Patent anmeldet, das das unbemerkte Abhören von Glasfaserkabeln ermöglicht. Die Begründung? Die zugrunde liegende Technik wird täglich weltweit tausendfach in der Telekommunikationsbranche zur Qualitätskontrolle bei Verlegearbeiten von Glasfaserkabeln eingesetzt. Das Patent diene dem sogenannten Spleißen. Also Spleißen ist eigentlich ein ganz anderer Vorgang. Dort wird die Glasfaser getrennt, beziehungsweise es werden Glasfaser-Enden miteinander verschmolzen, miteinander verbunden. Das ist Spleißen. Und das hat mit diesem Verfahren, was in dem Patent beschrieben ist, eigentlich nichts zu tun. Wir treffen einen ehemaligen Mitarbeiter der Darmstädter Telekom Entwicklungsabteilung. Er will nicht erkannt werden, wir stellen das Gespräch nach. Auch vom Insider wollen wir wissen, stimmt die Erklärung der Telekom? Mit dem Überprüfen von Glasfaserkabeln hat diese Erfindung nichts zu tun. Da gibt es andere Methoden. Es ist im Grunde genommen, wie wenn ein Raum verwandt wird. Doch die Telekom behauptet weiter, ihr Patent diene nicht dem Abhören. Wenn sie Sicherheitsexperten befragen, liegt der Schluss nahe, dass Geheimdienste keine Glasfaserkabel freilegen und anzapfen müssen, um an Informationen zu kommen. Sicherheitsexperte Professor Pohl widerspricht. Es gibt Situationen durchaus, wo die Zielperson oder das Zielunternehmen, der Zielrechner so gut abgesichert ist, dass es dem Nachrichtendienst nicht gelingt, auch mit Tricks in den Rechner einzudringen. Und dann muss man Maßnahmen ergreifen, wie Aufschalten auf die Leitung, Aufschalten international auf ein welches Kabel. Wie aktuell das Anzapfen von Lichtleiterkabeln ist, zeigt ein Vorfall in Ägypten im März 2013. Die Marine konnte einen Versuch von drei Tauchern unterbinden, ein Untersee-Glasfaserkabel am Meeresboden nahe der Stadt Alexandria anzugreifen. Die Männer hatten offenbar versucht, das hier beginnende Unterwasser-Glasfaserkabel anzuzapfen, in wessen Auftrag bleibt unklar. Angriffe auf Untersee-Glasfaserkabel, auch in Europa denkbar, mithilfe der von der Telekom entwickelten Technik. Von Deutschland gehen Seekabel aus. Wenn Sie diese Kabel überwachen, und das ist mit diesem Verfahren relativ preiswert möglich, dann können Sie die gesamte Kommunikation der Bundesrepublik auffangen, auswerten. Insofern ist das die Methode der Wahl. Seit Jahrzehnten werden immer raffiniertere Techniken zur Datenabschöpfung entwickelt. Ob ihr Patent von Geheimdiensten genutzt wird, weiß die Telekom angeblich nicht, bestreitet eine Zusammenarbeit. Dabei ist die Kooperation zwischen Netzbetreibern und Geheimdiensten längst Alltag, zumindest in den USA. San Francisco Folsom Street, die Schaltzentrale der US-Telefongesellschaft AT&T. Ein Angestellter findet 2004 heraus, dass der US-Geheimdienst NSA in einem unzugänglichen Raum die Glasfaserkabel anzapft. Es war offensichtlich, dass das eine Einrichtung der NSA war. Ich fand heraus, dass sie eine vollständige Kopie des gesamten Internetverkehrs machten. Die NSA kopierte heimlich den gesamten Datenfluss, leitete ihn in ein sogenanntes Splitter-Kabinett. Und auch der US-Ableger der Deutschen Telekom muss sich den dortigen Behörden und Gesetzen beugen, unterschreibt im Jahr 2000 einen Geheimvertrag. Darin erlaubt die Telekom den Nachrichtendiensten ihrer US-Kunden vollständig auszuspähen. Zitat Die Deutsche Telekom leistet technische und sonstige Unterstützung, um die elektronische Überwachung durchzuführen. Kooperation der Telekom mit US-Geheimdiensten. Und in Deutschland? Frankfurt am Main, Europas größter Glasfaserknotenpunkt. Innenminister Friedrich will künftig direkt an den Servern Daten zapfen. Schon jetzt muss die Telekom die persönlichen Zugangsdaten ihrer Kunden, Polizei und Geheimdiensten übermitteln. Kann sie sich also tatsächlich den Begehrlichkeiten der Geheimdienste widersetzen? Staatsgeheimnis. Fragen bleiben.